Willkommen zurück zu One Piece Party Warriors 3, ihr kleines Freude Nacht. Ich hoffe, ihr habt alle was zu trinken dabei und wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm, denn wir werden heute nach Water's Heaven gehen, die Stadt des Wassers. Hoffentlich mit Nami, dieses Mal? Nein. Wenn das so weitergeht, darf ich Nami überhaupt gar nicht benutzen. Oh, Nami, Nami ist Level 22, wie nehme ich denn? Haben hier Frauen vor? Nö, sonst hätte ich gerade eine Meldung bekommen. Ah, dann können wir wieder Sanji. Andererseits, ich muss mit Zorro immer noch ein paar Leute niederbämsen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich leben soll. Zorro oder Sanji? Rufi. 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 Level ich beide erstmal so viel, wie ich habe. Drei. Äh, das ist Nami. Egal. Äh, Sanji. Egal, da bin ich jetzt auch ein bisschen Angriff für Nami gelevelt. Hab ich dich? Nö. Doch, aber nur eins. Sanji hatten wir eigentlich das letzte Mal... Paratier. Ja, Zorro hatten wir einige Male schon mehr. Na komm, den Sanji dann. Hast du noch irgendwas, Lufi? Ich könnte sie mir auch für Nami aufheben. Wenn ich sie dann irgendwann mal... Irgendwann. Derivats to... Das war's für heute. Das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Wieso auf mich? Was habe ich getan? Naja, du hast ein Kopfgeld von 100 Millionen schenken? Und Crocodile fertig gemacht? Eigentlich war das, dass ich mit Chopper, aber gut. Was? Nein! Ich habe eine gute Freundin gesehen, aber du bist du, Niko-Lobin. Nein, ich bin schon... Das war's für heute. Ach, das ist doch eh zu faul. Ach, das ist doch. Ach, das ist doch. Ach, das ist doch so. Ach, das ist doch so. Ach, das ist doch. Ach, das ist doch. Ach, das ist doch. Ach, das ist doch. Ach, das ist doch... 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 GOMU GOMU NO! GOMU GOMU NO! Go! aaaah!! Baka野郎! ... ... ... ... ... ... Ich kann es nicht verletzen, was ich! Meri-I-Goh, du möchtest du. Du hast einen neuen船. Du kannst du in den nächsten Jahren gehen. Okay, Hussopp. Es war so viel Spaß. Es ist so schwer. Das ist der Käpt'n? Geh mir nicht! Wenn du dich fuhrenst, dann werfen wir uns? Ja, schon hart. Ich finde Robin in Water 7. Ja, ich war's nicht! Zentrum von Water 7. Da, wo ich schon bin? Ähm... Ja. 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 War der echt so ne Stunde japanischen? Ach du Scheiße! Ja. Ja. Was ist ein froh? War der ist so Hrare starsch? Der gehört wahrscheinlich auch zum Zeitlimit. Ah, Schatzseiten ist sogar geschafft, ob ich ein bisschen rumgedröbelt hab. Oh, Mann! Das ist ein guter Ort. Ich weiß nicht, dass ich dich zu sehen. Hm? Das Geräusch? Robin! Robin! Wo waren wir? Wir haben ihn gefunden. Wir sind alle beschäftigt. Ich werde nicht mehr zurückkommen. Wir sind hier. Das war's für heute. Ich wünsche euch allen, dass ich mich sehr gerne erzähle. Ich danke dir, dass ich heute so gut gemacht habe. Bis zum nächsten Mal. Wait a minute, Robin! Stopp'n! Robin... Ich glaube, dass wir uns嫌ert haben. Joppa... Warum lügt ihr uns an? Was hast du zu verbergen, Robin? Alles klar, dann pack mal deine Schnüffelnase aus.